Sicher kennst du das auch aus deinem Gebetsleben, aus deinem Glaubensleben, dass du vor Gott stehst mit den Wünschen und Bedürfnissen, die du hast und es ist so, als ob du eine Einkaufsliste in der Hand hast und die wird jetzt Punkt für Punkt vor ihm abgearbeitet. Bei mir war das oft so, dass ich einfach dachte, das und das brauche ich jetzt und das muss der Herr mir jetzt sofort geben und dafür habe ich ja schon zehnmal gebetet und da ist ja immer noch nichts passiert und ich muss ihm jetzt mal sagen, wie er das und wann er das und ob er das machen muss in meinem Leben. Ich habe Gott einfach so wie einen Einkaufsladen gesehen, wo ich bestimmte Dinge einfach mir genehmigen kann. Früher in den Gebetsversammlungen war das für mich auch ein Stress, wenn diese Gebetslisten, die da waren, abgearbeitet werden mussten und ich war immer sehr erleichtert, wenn der letzte Punkt sich angekündigt hat und endlich benannt war. Der Herr ist mit mir viele Schritte durch dieses Gebetsleben bisher gegangen und ich glaube, er ist noch lange nicht fertig. Er hat mir gezeigt, dass es einfach darum geht, dass wir uns dem Geber mehr öffnen und ihm mehr nahen, als dass wir an die Gaben und an das, was er uns geben muss, dranhängen. Er ist der Geber aller guten Gaben und er ist der Vater, der sein Kind versorgt. Und er will uns mit allem versorgen. Er möchte sogar nicht, dass wir uns sorgen, um irgendetwas machen müssen. Aber in meinem Glaubensleben, in meinem Gebetsleben war es ganz wichtig, dass ich erkannt habe, wer ist der Herr? Wer ist Jesus? Was möchte er in meinem Leben tun? Ich musste mehr dahin kommen, ihn anzubeten und auch dahin kommen, ihm mit Danksagung zu begegnen. Ich habe es wirklich gelernt, zuerst mit Dankbarkeit zu kommen, bevor ich in die Tür falle und alle Dinge, die ich haben will, unbedingt benenne. Sondern ich bin mehr dahin gekommen und es entwickelt sich immer mehr dahin, dass ich ihn anbete, dass ich ihn lobe, dass ich ihm danke. Ich weiß, dass das für viele von uns auch eine Herausforderung ist, weil manchmal Situationen im Leben sind, die sehr herausfordernd sind, die sehr schwierig sind, wo Krankheitsnöte da sind, Beziehungsnöte da sind, Jobs fehlen, was auch immer im Moment in deinem Leben gerade dieses Bedürfnis ist. Es ist eine Herausforderung, das weiß ich, aber es ist ein großer Segen darin, wenn wir uns mit Dankbarkeit Gott nahen. Im letzten Jahr hatte ich einen Unfall und ich musste im Bett liegen. Das dauerte auch eine ganze Zeit, aber mir ist heute noch echt in Erinnerung, wie sehr ich dankbar war für das, was Gott getan hatte, wo er mich bewahrt hatte vor Schlimmerem, wo er mir einfach geholfen hat in diesen ganzen Schmerzen, wo ich dankbar war, dass ich zu Hause sein konnte, wo ich dankbar war, dass Menschen mir geholfen haben, diese Zeit auszuhalten, die mir gedient haben in ganz vielen kleinen und großen Sachen. Natürlich hatte ich diese Bedrängnis, natürlich hatte ich diese Schmerzen und das war auch wirklich herausfordernd, aber die Dankbarkeit ist in meinem Herzen aufgestiegen und sie hat mir geholfen, in eine Stärke zu kommen und in Anbetung zu kommen für das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich möchte dir das sagen als einfach einen Entwicklungsschritt, als etwas, wo du vorwärts gehen kannst. Such Jesus als den Geber aller guten Gaben. Such ihn zuerst in Dankbarkeit. Schau in deinem Leben dich um. Wo sind Dinge schon wirklich sehr gut geworden? Wo sind Dinge schon gut entwickelt? Wo hat er dir geholfen? Wo hast du Bewahrung erlebt, wo du eigentlich wirklich mit Schlimmerem hättest rechnen müssen? Wo bist du versorgt? Wo hat er seine Hand über dich gehalten? Über deine Kinder? Über so viele verschiedene Dinge? Komm mit Dankbarkeit zu ihm. Komm mit Dankbarkeit und eröffne mit Dankbarkeit einfach dein Gebet vor ihm. Und dann wird er alles dazugeben. Der Herr wird dich versorgen und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte in Ewigkeit wankt. Das ist ein Wort, was uns in dem Psalm zugesprochen wird. Und das ist ein Wort, was dir heute gilt. Komm mit Dankbarkeit zum Thron der Gnade. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.